Mein Name ist Alexander Wanninger, ich bin im Team für den Podcast der deutsch-französischen Beziehungen und wir sind jetzt mittlerweile vier Leute, die zusammen planen und vorhaben, eine bis zwei Podcast-Folgen zu drehen, die darüber handeln werden, die deutsch-französische Beziehungen einmal abzubilden, dazu zu motivieren, eben selber in diesen Austausch zu kommen und auch zu motivieren und auch etwas zu machen. Und dafür wollen wir speziell in die Kultur einblicken und dafür spannende Interviewgäste suchen aus der Region, zum Beispiel aus Grenzregionen, aus bestimmten Orten, wo sehr rege Austausch herrscht, zum Beispiel halt an der deutsch-französischen Grenze oder auch in anderen Orten und Regionen, wo es auch Künstler gibt oder Musiker, die vielleicht etwas unbekannt sind, aber sich im deutsch-französischen Umfeld bewegen, um dann eben diese Leute einzuladen, anhand von konkreten Fragen bestimmte Themen zu behandeln. Und vielleicht noch mit zusätzlichen Mitteln, wie Umfragen, Statistiken etc., die noch mit einzubinden, darauf zu reagieren und letzten Endes dann mit einem roten Faden die deutsch-französische Freundschaft durch diesen Podcast aufleben zu.